So, ich habe folgende Situation. Ich habe hier den Mars und den Mond Phobos und der Phobos bewegt sich um den Mars ungefähr auf einer Kreisbahn. Gegeben sind der Radius dieser Kreisbahn, das heißt wirklich der Abstand zwischen dem Schwerpunkt des Phobos und dem Schwerpunkt des Mars. Also das braucht man. Keine so Gemeinheit, dass da steht ein paar Meter über die Oberfläche oder sowas. Dann hier die Masse vom Mars habe ich und immer die Gravitationskonstante. Und es gibt zwei Möglichkeiten, entweder über den Kepler oder über Fz gleich Fg. Damit fange ich an. Die Zentrifugalkraft, die wirkt ja, also auf diesen Phobos wirkt nach außen eine Zentrifugalkraft, nach innen die Gewichtskraft und die Beträge der beiden Kräfte sind gleich. Gleich setzen, auflösen, gesucht ist jetzt hier die Geschwindigkeit V und die Umlaufdauer T. V steht hier, T steht hier nirgends. Doch, da oben hier steht T. Ja, da könnte ich, es geht beides. Also bei V finde ich jetzt Fz gleich Fg entspannter T hätte ich oben. Eine Formel, die man noch benutzen kann, die gilt immer. V ist Weg durch Zeit, S durch T. Und weil wir eine Kreisbahn haben, zwei Pi-Radius durch T. Und damit geht es. Also erster Ansatz, Fz gleich Fg. Also M. M, V Quadrat durch R ist gleich ein bisschen über die Linie malen. G, M, M durch R Quadrat. Und es kürzt sich die Masse von dem Phobos, die nicht gegeben ist, die kürzt sich weg, was gut ist. Ich wähle ja V, also mal R. Dann habe ich V Quadrat gleich G, M, R durch R Quadrat. Da bleibt ein R übrig. Und dann mache ich noch die Wurzel. So, nix da, Quaradier. Die Wurzel und setze alles ein. Das Einzige, was man falsch machen könnte, hier Kilometer, das ist gemein. Also der Radius, ich habe ja bei der Gravitationskonstante Meter da, also brauche ich auch einen Meter beim Radius. Also mache ich hier, ja ein bisschen radieren, aus 10 hoch 3 Kilometer wären 10 hoch 6 Meter. Einfach 3 Nuller dazu oder mal 1000 oder irgendwas. Und dann kommt es auch raus, also wenn ich das einsetze, kommt raus 1,35, 1,35 mal 10 hoch 3 Meter pro Sekunde. Gut, und jetzt hätte ich gern noch die Geschwindigkeit. Dann nehme ich jetzt diese Formel. V ist S durch T. Also wenn V gleich S durch T ist, dann ist T, also mal T dividiert durch V. T ist dann S durch V. Und der Weg ist Kreisbahn. Ja, jetzt machen wir ein bisschen mehr Platz so. Also, für einen Umlauf mache ich kein kleines T, sondern ein großes T. Großes T ist immer so einmal rundum, üblicherweise. Gut, und S ist ja 2 mal Pi mal Radius und V kenne ich von da oben. Das ist mein V. Hier mein V einsetzen und den Radius einsetzen und dann kommt viel raus. Nämlich irgendwas mit 109,373 und zwar Sekunden. Weil ich ja den Radius mache ich in Metern. V in Meter pro Sekunde und dann kriege ich hier Sekunde und das ist nicht schön. Außerdem müsste ich es runden. Das ist noch kein Ergebnis. Ich teile das durch 3600. Ja, 3600 Sekunden ist eine Stunde. Dann habe ich als Ergebnis 30,4 Stunden. Drei geltende Ziffern. Und das geht. Hätte ich das mit dem Kepler gemacht, ja, da gibt es mehr Möglichkeiten. Da hätte ich jetzt zum Beispiel, also hier bin ich Kepler, Kepler. Also, was ist denn alles gegeben gewesen? Die Gravitationskonstante des M habe ich, das R habe ich. Dann hätte ich ja im ersten Schritt mal das T ausrechnen können. Das wäre mein Start gewesen. Und dann über die Formel V ist S durch T. Ja, T habe ich. S, ja, also wieder 2, Pi, R durch T. Hätte ich erst im zweiten Schritt mein V ausgerechnet. Hätte auch funktioniert.